Ich brauche Hilfe, bitte! Kann mir jemand helfen? Was ist los? Ich hatte einen Herzinfarkt und hab ein neues Herz bekommen. Fühlt es sich irgendwie anders an? Fühlst du, dass es von jemand anderem ist? Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es vorher war. Es ist einfach ein seltsames Gefühl, dass jemand sterben musste, damit ich leben kann. Wie geht's, Frank? Vielen Dank Ihnen beiden. Ihre Tochter. Sie hat Saschas Leben gerettet. Ich kann dir nicht annähern vorstellen, was Sie durchmachen mussten. Wir werden alles tun, was wir können, um die Erinnerung an Sie am Leben zu erhalten. Deshalb haben Nancy und ich ein Stipendium in Beckys Namen gestiftet. Wir wollen Sascha das Stipendium anbieten. Nimm dich vor ihrer Familie in acht. Ich will wissen, wen ich da in mir habe. Ich sehe Dinge. Dinge, die sie gesehen hat. Was zur Hölle? Das wird langsam echt schräg, Sascha. Ich glaube, irgendwann blicken wir zurück und erkennen, dass das mit dem Herzinfarkt das Beste war, was da je passiert ist. Ich glaube, es ist das mit dem Herzinfarkt das Beste war, was da, 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 was da. Untertitelung des ZDF, 2020